Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben! Rojava bedeutet für mich Schönheit. Ich fühle mich im Herzen berührt durch diese gesellschaftliche Schönheit von großer weltweit strahlender Kraft und Attraktivität. Meine Solidarität mit Rojava tut mir auch selber gut. Ich bin der Mann, die ich in Deutschland bin, die ich in der Türkei bin und die Süreei bin. Ich bin der Mann, die ich in der Türkei bin und die Türkei bin. Rojava verteidigen heißt, Deutschland daran zu hindern, die militärische Invasion der Türkei in Nordsyrien zu unterstützen. Rojava verteidigen heißt, alles dafür zu tun, dass die Waffenexporte gestoppt und die militärische Zusammenarbeit mit der Türkei beendet wird. Ich bin der Mann, die du mit in der Türkei und ich bin der Mann vergrößte, wurde mit der Türkei in Nordsyrien berührt. Und ich bin der Mann, die ich in der Türkei bin und was den INU7 nie kullandest. Ich bin der Mann, die man bei der Türkei bin und ich wette. Ich bin der Mann, freue und danke daran! Ich bin der Mann und Krass 你 die endeavors pier advent taken. Rojava heißt ein Vorbild der Emanzipation, von Ausbeutung und Unterdrückung verteidigen. Rojava heißt die Freiheit der Kulturen, den Ethnien, der Sprache und der Religion zu verteidigen. Die Befreiung der Gesellschaft erfordert die Befreiung der Frau. Die Befreiung der Gesellschaft erfordert die Befreiung der Gesellschaft erfordert die Befreiung der Gesellschaft. Rojava heißt die Befreiung der Frauen durch die Frauen verteidigen. Frauen gründen ihre eigenen Organisationen. Frauen sind in allen Komitees vertreten. Sie übernehmen durch die Doppelspitze dieselbe Verantwortung wie Männer. Durch das Vetorecht kann nichts ohne die Frauen und nichts gegen sie entschieden werden. Rojava heißt die Befreiung der Ch饭 zu erfordern. Sie sind in der Schweiz über die R llevar. Sie sind in der ridicule und möglichen D一点. Sie sind in der internationalen Bevölkerung der Familie. Sie sind in der Schweiz. Sie sind in der Schweiz ein gewisses Anleitung. in F. Jere, Möje, Hefba, Eji, Bo, Jihaneke, Nü, I, Ia, Asite, U, Asadi, Jinn, Jiyan, Asadi. Rojava hat eine große Anziehungskraft für Menschen auf der ganzen Welt, die eine radikale gesellschaftliche Umwälzung wollen. Deswegen sind viele Internationalistinnen nach Nordsyrien gegangen. Deswegen sind wir hier auf der Straße. Es ist unser gemeinsamer Kampf für eine neue Welt des Friedens und der Freiheit. Jinn, Jiyan, Asadi, Frauen, Leben, Freiheit. Pishkiriya Rojava, Hibomin Tevateya, Pishigiriya Aktivya, Utupaya, Asadiya, Jinné. Biveres es dich, wasim, bijejim, ku, divi, davi, li, ne, vik, hevia, Solidarität mit Rojava bedeutet für mich die aktive Unterstützung einer gelebten Frauenbefreiung. Damit meine ich die Auflösung der Geschlechterungerechtigkeit und die gleichberechtigte Teilhabe als Frau an allen gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen, wie sie aktuell in Rojava umgesetzt wird. Rojava ist für mich ein Vorbild, wie Ideen von Frauenorten in einer von Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit geprägten Gesellschaft geplant und gelebt werden können. Frauendörfer weltweit. Danke euch mutigen Vorkämpferinnen. Pärastina Rojava, Wattaya, Pärastina, Schurrisch, Jinné. Aveli, Tawaiya, Marhele, Jinné, 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 Le Dijji, Pederšahiyo, Tundijji, Pekti. Tafgirakur, Jinné, 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 Daskiftene, Behenba, Beidest, Dichie und Konetene, Jibu, Rujalat, Neuwin. Die Revoluzion der Frau Souverteidigen Sie wendet sich auf allen Ebenen gegen patriarchale Herrschaft und deren Gewalt. Die kurdische Frauenbewegung steht vor bahnbrechenden Errungenschaften und das nicht nur im Nahosten. Vielen Dank. Die Revoluzion der Frau Souverteidigen Rojava-Verteidigen heißt, echte Demokratie zu verteidigen. Im nordsyrischen Rojava regieren sich die Menschen selbst. Von der kleinsten Basis, die Nachbarschaft, über die Stadtversammlung bis zur höchsten Ebene entscheiden alle Menschen selbst und wählen Delegierte für die nächsthöhere Ebene. Parastina Rojava te vetaia parastina bersiva bopirsa em sava qui varsin bijin. Riscari vegnirsi queren sistini demokrati. Rojava zu verteidigen heißt, eine Antwort auf die Frage, wie wollen wir Leben zu verteidigen. Emanzipiert, gleichwertig, selbstorganisiert, demokratisch. Denn am ces Jahren hoffen auch der Abenteuerlfen inask 생명. Abenteuerlfen in�sung. Untertitelung des ZDF, 2020